Neu bei Vox. Tierbabys süß und wild. Die sind einfach so putzig und süß und wenn die dann so rumtoben, da möchte man gleich mittoben. Känguru Baby E.T. verlangt Frauchens volle Aufmerksamkeit. E.T. war ja wirklich diese sechseinhalb Monate jetzt komplett Tag und Nacht am Körper. Das ist eine ganz, ganz enge Bindung. Riesenbaby Heinrich wird dreist. Denn er hat nämlich sehr wohl schon gemerkt, dass wir keine Kamele sind, sondern Menschen, die man auch leichter mal ein bisschen aus der Bahn schubsen kann. Und zwei Fuchskinder haben sich mächtig in der Wolle. Also mir wird's Herz brechen, wenn da was passieren würde. Tierbabys süß und wild. Ab 19. Juli bei Vox.